Perfekt. Ich bin gut in der Zeit. Guten Morgen, Marc. Hallo, Frederik. Dein Ausweis ist jetzt freigeschaltet. Alles klar, danke. Das ging wirklich einfach mit Matrix One. Ja, stimmt. Bis gleich. Okay, bis gleich. Bin echt gespannt auf das neue Zutrittssystem. Das mit der Dorma-Caba-Zutrittslösung zu machen, war die richtige Entscheidung. Und mit Matrix One kann ich die Zutrittsberechtigung bei uns in der Firma selbst steuern. So muss es laufen. Einen Ausweis für alle Zutritte. Ohne komplizierte Anpassungen oder Extraschulung. Passt. Wirklich gut, dass das Gebäude jetzt richtig abgesichert ist. Ach ja, der neue Praktikant fängt heute auch an. Guten Morgen. Meine Post nehme ich gleich mit. Danke. Mit Matrix One sind wir endlich up to date. Hallo, Paul. Hi. Gut, dass wir die Zutrittskontrolle selbst verwalten können. Das hat dann auch den Chef überzeugt. So, jetzt schaue ich mir gleich mal Matrix One auf dem Rechner an. Einmal auf dem Firmenserver installiert und ich kann von jedem Netzwerkrechner in der Firma auf Matrix One zugreifen. Max, komm mal rum. Dann zeige ich dir unsere Zutrittskontrolle direkt am PC. Hier kann ich zum Beispiel festlegen, für welche Bereiche du eine Zutrittsberechtigung erhältst. Lass uns das gleich mal an einer Tür testen. Das hier ist unser Serverraum. Herzstück der Firma. Versuch mal deinen Ausweis. Keine Sorge, als IT-Praktikant erhältst du auch hier Zutritt. Das ändere ich schnell. Und? Funktioniert's? Perfekt. Dann stelle ich dich jetzt dem Team vor. Dann stelle ich dir das. Dann stelle ich dich jetzt dem Team vor. Dann stelle ich dir das. 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 Dann stelle ich dir das.